In der Praxis für Physio- und Ergotherapie Kalden und Munios in Hannover steht die bedarfsgerechte Behandlung von eingeschränkten Säuglingen und Kindern im Vordergrund. Natürlich behandeln wir auch alle weiteren klassischen Bereiche der Physio- und Ergotherapie für jedes Alter. Dabei stehen Sie und Ihre Bedürfnisse je nach Ihrer individuellen Vorgeschichte im Mittelpunkt, um Ihnen die bestmögliche Therapie aus unserem umfangreichen Angebot zu bieten. Setzen Sie Ihr Vertrauen in unser rundum sach- und fachgerechtes Team. Untertitelung des ZDF, 2020